und bringen wir bei noch nach außen kohlbacher das wäre es gewesen so und jetzt gibt es noch eine zeitstrafe obendrauf nein und den ball wenn du noch irgendwie rauskriegt hätte hier ist erstmal durch und dann da hängen sie zu dritt an ihm dran da wird schwierig mein heute ja